Hallo nochmal liebe Freunde und einen wunderschönen guten Mittag. Hier bei eurem PokéMoney haben wir, nachdem der Tag heute echt crazy anfing und wir spanische Packages aus dem Pokémon Mini-Tin geholt haben, haben wir jetzt den nächsten Kauf, der Kauf vom lieben David aus Mannheim an dem PokéMoney, wo ich gleich die Schere zur Hand nehme. Und dann, wo ich hoffe, dass wir hier, genau wie an dem Kauf, den wir um 10, 11 Uhr aufgemacht haben, vom lieben Nico aus Aarhaus, also ihr habt die Points noch hier liegen, hoffe ich, dass wir hier auf Karten in der Sprache stoßen, die wir auch sammeln. Denn ihr wisst, spanische Karten, PV als KP-Angabe, für Point, I don't know, habe ich auf jeden Fall keinen gebraucht. Kleines Geschenk, okay. Wir haben hier drei Karten, die ich gekauft habe, glaube ich. Und das Geschenk packen wir, ich gehe davon aus, dass das Geschenk wesentlich geiler ist, als die Karten, die wir hier gekauft haben. Darum nehmen wir erstmal die Karten, die wir gekauft haben. Und zwar haben wir hier einen Dracoran V Full Art. Die werde ich gleich in die Perfect Size packen. Ein Shell Wizard Reverse Holo. Wunderschöne Karte. Also es glänzt ziemlich stark, weil das Licht, was hinter der Kamera wegkommt, in den ganzen Top-Lodern, und Spark haben wir als Full Art da, auf jeden Fall wieder gespiegelt wird. Aber ich denke, ihr könnt die Karten erkennen, habt es gesehen. Und ihr seid genauso nervös wie ich, denn wir haben hier ein kleines Geschenk. Let's go, Bro. Was können wir denn hier finden? Und zwar haben wir hier wieder... Was geht? Leute, da haben wir, da haben wir die Karten, die wir vorhin vom lieben Nico aus Aarhaus bekommen haben. Äh, wo habe ich die denn liegen? Habe ich nämlich noch nicht gepackt. Weil dafür habe ich noch gar keine Sammelordner. Weil ich da selber noch Booster von liegen habe, die wir zusammen auch machen. Aber diese Booster werden auf jeden Fall, ähm, Hashtag-Absender in den, ähm, in den Sammelordner wandern. Und richtig nice. Ich stelle die mal so cool daneben. Trick or Trade, das Halloween-Set von Pokémon. Dann haben wir ein japanisches Glurak. Mew2V-Promokarte, die fehlt mir, glaube ich, auch noch, oder? Oder ist das die aus dem, die eigentlich im Case von der TCB ist? Ich weiß es gar nicht. Weberag, Hashtag-Ditto. Ah, richtig cool. Und noch mal ein Drago ran, wie Deutsch. Leute, ich bin begeistert, was ihr mir da dazu packt. Das heißt, ihr gehört einfach alle in mein Herz. Ähm, ich bin euch sehr dankbar. Und ich hoffe, dass das genau so weitergeht, damit wir das Set Pokémon Go auf japanisch, englisch und deutsch endlich bald als Master abschließen können. Großen Dank dafür. Ähm, wenn ihr noch nicht habt, abonniert gerne. Lasst einen Daumen nach oben da. Kommentiert bitte. Lasst eure Gedanken in meine, ähm, in meine Arbeit einfließen. Denn nur so können wir zusammen unser Ziel erreichen. Let's go, come on, catch it all. Euer Pokémon-E.